Die Lage für Deutschland ist höchst dramatisch. Ich vermute, die allermeisten haben noch gar keine Vorstellung davon, was da potenziell auf uns zurollt. Dieser atemberaubende Chart zeigt nicht die allerneueste Hype-Aktie oder irgendein Krypto-Coin. Nein, das ist die Preisentwicklung der German Year-Ahead Power Prices. Also im Grunde die Futures-Märkte für die Elektrizitätsmärkte im Jahr 2023 für Deutschland. Wir liegen seit heute, Montag, bei 700 Euro pro Megawattstunde. Allein heute ist der Preis stärker gestiegen, als die Megawattstunde noch vor einem Jahr gekostet hat. Das sind mehr als 1000 Prozent. 1000 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Wir sprechen hier nicht von Venezuela oder von irgendeinem Drittweltland, sondern wir sprechen hier vom industriellen Herzen Europas. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet umgerechnet ca. 70 Cent pro Kilowattstunde Erzeugerpreis. Ja, ganz wichtig, Erzeugerpreis, nicht Endkundenpreis. Derzeit liegt der Erzeugerpreis bei 7, 8 Cent, vielleicht mittlerweile auch 9 oder 10 Cent. Jedenfalls deutlich darunter. Wenn der Anbieter darauf dann noch seine Marge obendrauf schlägt, dann können wir ganz schnell im nächsten Jahr die 1 Euro pro Kilowattstunde knacken. Ganz klar, diese utopischen Preissprünge, die entstehen durch Spekulationen an den Futures-Märkten. Und vor allem, weil die Anbieter das sogenannte Hedging größtenteils aufgegeben haben und das Volumen an den Futures-Märkten auch entsprechend klein ist. Das ist also eine Spekulation und keine akkurate Vorhersage. Auch wenn dieser Chart nicht so weiterlaufen wird, ist das aus meiner Sicht kein Grund zur Entwarnung. Ich habe heute mal spaßeshalber im Vergleichsportal geschaut, wie viel ich schon jetzt bei einem Anbieterwechsel mehr zahlen müsste. Der günstigste Anbieter, und das ist jetzt kein fancy Ökostromanbieter, sondern der wirklich günstigste Anbieter, liegt heute schon 40% über meinem aktuellen Arbeitspreis. Und ich habe keinen alten Vertrag, ich habe den Vertrag vor drei Monaten abgeschlossen. Von den Auswirkungen auf die Industrie, die deutsche Industrie, die so verdammt abhängig ist von der günstigen Energie, gar nicht zu sprechen. Verdammte ... auf uns rollt parallel eine Gaskrise und eine Stromkrise zu. In einer der bisher schlimmsten Warnungen erklärte der belgische Premierminister, dass Europa bis zu zehn harte Winter durchstehen müsste. Zehn Winter heißt zehn Jahre. Die Sorge um die Wirtschaft ließ den Euro heute auf ein 20-Jahres-Tief fallen. Der französische Präsident Emmanuel Macron fordert die Menschen auf, Zitat, Ich vermute, das ist ein Satz, der in deutschen Ohren, ich weiß nicht, wie die Franzosen das sehen, aber ich glaube, in vielen deutschen Ohren wird diese Aufforderung, den Preis zu zahlen, für viel Ärger sorgen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welchen Preis ihr bereit seid zu zahlen für unsere Freiheit und unsere Werte. Aber die viel wichtige Frage ist, aus meiner Sicht, wo ist die Medienberichterstattung? Warum ist das nicht auf Seite 1, überall? Und noch viel wichtiger, wo sind die politischen Lösungsvorschläge? Wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus? Jetzt mal egal, warum wir in diesem Schlamassel stecken, was in den letzten 20 Jahren oder mehr alles schiefgelaufen ist, fokussieren wir uns doch mal bitte auf die Zukunft. Wie kommen wir aus diesem Schlamassel raus, ohne vernünftig ausgebaute erneuerbare Energien, mit herunterfahrenden Atomkraftwerken aus ideologischen Gründen und im Stellvertreterkrieg mit dem wichtigsten Energielieferanten für unser Land? Schnallen wir uns an, es wird, gelinde gesagt, höchst interessant.